hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu wwe2k16 mit dabei ist wieder onkel der gamer check lb alles klar gestern hat er mich fertig gemacht hat er mich zermatscht ja ja liebe freunde die runde 3 endet bei runde 3 sei schon die runde 1 endet bald die freunde und zwar sind noch drei matches kommen noch und damit ihr auch weiterhin seht was passiert also da kommt ja bald noch runde 2 dahinter kommt noch die was fighting tech team vielleicht noch mal ein paar special veranstaltungen wie war und so aber wenn ihr das alles verfolgen wollt dann abonniert uns doch lasst ein paar kommentare da gibt likes was kann man noch machen betet für mich und wird uns auf jeden fall ordentlich unterstützen und eigentlich gar nichts anderes zu sagen oder onkel siehst das auch so kanäle sind alle in der video beschreibung verlinkt richtig und genau und jetzt haben wir so beschlossen weil wir haben jetzt nur noch drei jeweils wir sagen jetzt eine zahl und dann nehmen wir machen das aber so dass ich immer die erste zahl sagt weil ich sehe was wen er hat noch ich sehe es auch in der reihenfolge dies er hat ich sage die erste zahl ich werde größtenteils nicht drauf ich habe es aber leider im kopf ich habe es leider also ich habe es immer im kopf ist klar ich bin irre aber ich weiß ich habe die lahm leider im kopf so wie sie aufgeteilt also ich kann auch weg gucken und ich weiß es trotzdem deswegen ich sage zuerst die zahl und dann sagt er die zahlt weil bei ihm ist es zufällig weil wenn ich jetzt wenn er jetzt erst mal die zahl sagt kann ich mir da ein wrestler raussuchen das ist auch doof deswegen sage ich zuerst die zahlen das ist ein bisschen fairer und deswegen würde ich nämlich zu dir sagen du nimmst mal die drei ich nehme jetzt die drei ne ja okay okay nämlich die drei wo ist er denn du kannst aber trotzdem mir schon eine zahl sagen ach so dann du hast die drei dann nehme ich die zwei okay ja ich hab schon ich hab schon gar nicht mal so schlecht der wesler so wie ich das gerade so sehe kleiner killer du bist du soweit nein so ok c runter aber du weißt ja gar nicht wenig habe oder ich weiß wie du hast aber ich habe keine ahnung das ist es ja eben das ist ja das deswegen sage ich zuerst die zahl sonst kann ich das match raussuchen und so weiß ich wenigstens bloß ein wrestler aber naja klar ok dann würde ich sagen 3 2 1 zeig mal ja au 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 das sieht gut aus das muss ich gewinnen ich glaube der damien mit ist das kann toll naja ich sag mir mal es sieht der hat so bösen blick der kopie das bisschen aus wie der hier für 300 das ist sparta das ist mein ring daher hat so ein bisschen der blick davon von könig leonido das da gibt es eine verarschung von youtube das ist freitag ich habe wissen und scheiße die Kennst du das zufällig Oh du bist aber schnell rausgekommen hier mit deinen kleinen Fingerchen Leider bin ich aus diesem Match des Monsters hmm stimmt Der beides der Monster der sie im Jahr vor da doch du bist da ein bisschen schwerer als ich glaube ich So der geht dazwischen erstmal direkt ins Gesicht hier So, ja, ja, mh, okay. Schön. Ah, da war was. Ah, du warst schneller als der Drecksack. Ach, Mensch. Okay. Okay. So, endlich, ey. Ich wollte schon sagen, wann geht's nochmal los? Bam. So, aber ich hab schon wieder nur drei Balken, aber du auch. Aber du auch. Das ist natürlich, äh, moah, wie doof, ey. Wie blöd war das denn? Wer wird sagen, du darfst in den Fallen, wenn du da draußen stehst? Nee, aber den Ring werfen und du gehst einfach spazieren, so, weißt du? Ich war doch schon am Hochkeller. Ach so. Ach so, ja, nee, machen wir nicht weiter. Ich hab nicht verstanden, bitte was? Was machst du denn? Warum verstehst du denn nix? Nee, du hast zwar jetzt so, keine Ahnung, ich hab dich akustisch nicht verstanden. Ich hab zwar schon deine Worte gehört, aber ich wollte nicht, was du von mir wolltest. Ach, du gehst immer raus, oder was machst du? Ah. Ah, sag ich. Ah, komm, steh auf hier zu, Drecksack. Ach, yo, wie blöd ist das denn? Sehr blöd, würd ich sagen. Hm, echt blöd. Ah. Guck, meiner guckt dich ganz traurig an. Was macht denn du mit mir? Was macht denn nur? Alles nett von dir. Es ist echt nett von dir. Ich feier dich, ich bin der Beste, ich bin rausgegangen. So, gehen wir mal rein. Ah, da steht er schon wieder mit seinem kleinen Kopf. Da-Dong. Da-Dong. Ah, da muss es auch eine Möglichkeit geben, dass man so einen scheiß Konterschnelle auflädt. Da muss man nochmal nachlesen, das ist ja echt scheiße. Das hat eine halbe Stunde gebraucht. Ja, das ist ja... Denn damit ging es so die ganze Zeit, so und jetzt wird es bei dir so ist, es ist schlimm. Ja, aber es muss ja trotzdem eine Lösung geben. Das hast du wohl nur dumme, schlaue Sprüche gebracht. Die ganze Zeit nur dumme, schlaue Sprüche. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Bäm, Junge. Und in die Ecke. Ja, genau, du warst doch fünf Kilometer entfernt, ey. Drei. Wahnsinn. Hast du gesehen, du warst doch immer... Was? Ich war weit hinter dir, du bist ein Spinner. Drei, habe ich gesagt. 13 Kilometer, war das. Ach, das macht der auch so ein Scheiß. Mann, das ist eine halbe Stunde-Move hier, da hat der, wer hat auch gemacht, der, war da der Bock, das war, der Wildbagging, einer hat das auch gemacht, die ganze Zeit. Nee, das ist so teilt, das ist so nie. Halbe Stunde-Move. Ja, aber die habe ich abbekommen, da waren sie cool. Ja, klar, die sind ja auch gut, hm. Ja, ja. Normalerweise müsstest du das mit dem Kopf so abprallen an dem Ringseil, das wäre geil. Und dann so zurückfliegen, weil du bist ja voll draufgesprungen. Volllegale draufgesprungen, ja. Komm, steh auf jetzt, steh auf. Du haust auf meinen Leck, sagt er. Du haust auf meinen Leck. Meine Fresse. Oh, jo. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Naja, wenigstens tue ich deinen Kopf ein bisschen verletzen, oder so? Ist gar nicht mal so schlecht. Naja, total cool. Ja, cool, das muss ja nur die Möglichkeit geben, die Kontraktionsstelle, also das geht es doch nicht. Ja, 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 was war das denn? Warum bin ich jetzt bewusstlos? Weil du um Arsch bist. Ich werde nicht auf meine Seite. Man kann ja nicht über eine volle Lebensenergipfel, dass sie jetzt ist. war mein Finisher. Die hat sich aufgefüllt. Du machst dein Ende. Deine Stamina war weg. Ja, ich habe aber trotzdem doch S gedrückt. Hat er auch gemacht, die Aktion. Du hast S gedrückt. Ja, also Dreieck. Meine ich. Das war jetzt echt lustig. Aber okay. Kein Problem. Stay down, stay down, stay down. Oh. Also willst du mir jetzt erzählen, dass du es raus hast, dass man die Finisher blockt, oder was? Dass man die Finisher, ja. Ach komm schon. Oh ja. Hä? Okay. Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe keine Energie mehr. Hä? Nee, mein lila Energie ist weg. Deswegen hat er keine Aktion gemacht. Das nennt man auch Stamina. Ja, ja. Wundervoll. Das war die, die bei dir weg war. Ja, ja. Ja, ja. Sag der Arzt. Ach, Junge. Schrecklich, ey. Wow. Wow. Und da drückt er direkt, der kleine Sack. Die Aktion ist so anstrengend, dass mein kleiner erst mal müde ist. Hm, 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 hm. Yo, 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 yo. Nee, so machst du so auch mal mit mir. Ja, ja. Ja, ja. Ah. Ich wollte die schlagen, ich wollte die schlagen. Hm. Ja. Schlüssel mit dem Ja, nix, der Mann funktioniert nicht, der Scheißblocken hier. Das geht nicht. Das geht nicht. Alles haben die, ich weiß nicht, irgendwas ist da anders. Was, die Ley ist halt nicht mehr da, Frau, ich brauche jetzt auch eine Zeit lang. Na, das Delay, äh, Alter. Ja, das Delay ist, das Delay ist weg, ich brauche auch ein Stück. Wow, that was a wild strike. Tag, I'm missing the target. Yeah, look like it was completely out of the bridge. Ja, endlich, ey. Hm. Ich sag, endlich. Ja, ja, ich hab's doch gehört. Sag mal, ey, mach deinen Sound leiser. Ey, das geht nicht. Nee, ist ja gar nichts mit. Ach, du kommst ja überall raus, ey. Bei jedem Scheiß, ey. Das gibt's ja gar nicht. Der ärgert mich. Und das ist immer bei meinen scheiß Finishings, ey. Hm. Und du? Der lässt ja mit dir. Ja, nix, der macht ja nix. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Wir gucken uns an, geil, der traut sich. Ach Gott. Gehen wir uns, rampeln wir uns an und dann kommt der schon wieder raus, der Sack. Oh, jetzt macht der wieder seine Übungen. In dem Moment würde ich dir schon einen mitgeben mit dem Knie, aber nö. Im Drehbuch steht, ich muss mich fallen lassen. Ja, ich liebe es! Bist du ein Hallo? Du bist aufgestanden? Ich hab dich jetzt so gesehen. Ja! Ich dat neu erleben darf, mein Damen und Herren. Habt ihr das gesehen? Damen und Herren. Damen! Damen! Ja, mein Finisher! Ist es der Finisher? Nein, du kommst raus, oder? Na, das gibt's da gar nicht, ey. Es ist nicht normal, Leute. Das ist echt nicht normal, was der da macht. Aus alle Finisher. Jetzt hab ich das schon anders gemacht als sonst. Schon gemerkt. Trotzdem kommt der Drecksack da raus, ey. Oh, oh, das tut weh. Ja. Oh, das tut weh. Ein Johnny Nickbreaker. Cover jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Ich will gewinnen. Und ich hab keinen Bock mehr. Mhm. Eis! Ah. Toll, bist du so fit? Ja, du hast immer noch rote Energie, ne? Hat er noch Energie, sagt der Idiot? Ah. Na klar. Ja. Ach, du bist ja schon wieder tot, okay. Das nutze ich direkt. Oh, Mann, da ist er direkt bewusstlos. Guck mal, da steht hier auf. Nein! Nein! Und der macht mir die unfairen Tricks hier. Mhm. Er geht raus. Die kleine Drecksack, ey. Da geht er einfach raus. Oh. Oh. Puscher. Macht der wenigstens jetzt einen Move oder zappel ich nur mit dir rum? Hm. Mit der Mal am Verlieren ist, Hedda, zieht er das ganze Match runter. Das ist Wahnsinn. Nein! Das ist so Wahnsinn. Das ist immer die große Fresse. Hat das Erbs alle mitbekommen. Hat immer die große Fresse. Und wenn er mal ein bisschen hinten liegt, zieht er voll das Match im Grunde Boden. Das ist unfair, dass du aus meinen scheiß Finnen hier rauskommst und das alles, alles, ah. Total unfair. Boah, das ist mir im Gesicht geschlagen. Ja, 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 ja. Schön. Ah! Ja, das könnte es gewesen sein für meinen guten Freund hier. Das war jetzt mal, endlich mal wieder eine gute Aktion hier von mir. Von dir. Aber das meint, was bewusstlos ist. Wenn ich die Attacke war, dann ist ja, ey, guck mal, der ist total völlig mit der Welt. Ich hab einen Finisher gemacht. Und er haut einfach, na, ich bin ja so unfair. Ja, mhm, na, ja. Aua! Ja, so muss das. Das muss so. Kopfschmerzen für alle. Komm, steh jetzt hoch da, sonst haut der mich. Ach. 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 Ha. Ah. 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 So, mein Freund. Jetzt gibt es einen ungebremsten Finisher auf die Nase. Oh, da gibt's. Oh, uh, das sah aus, als hätt's wehgetan. Und du bist rot. Oh, bitte raus, bitte raus, bitte raus. Oh. Eins. Drei. Und. Ja. Nein. 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 Scheiße, ey. Wie die Zauberei ist das. Zauberei. Der hat schon drei Finisher, du. Ach so. Da fällt er wie ein Sack. Ja, was mach ich jetzt, weil lauter Angst hier, ey. Drei Finisher, ey. Das ist ja. Das ist ja übel. Oh, oh. Oh, ich krieg wieder fünfmal ins Gesicht mit der Keule hier. Warte, Schad. Ja, warte, Schad. Hä? Hä? Ja. Mann. Ja. Du wolltest Hasselgegen. Oh, boah. Oh, das, ich glaube, dass das ein Prozent wehgetan hat. Mhm. Da haben die sogar gesagt, die Moderatoren. Oh, oh, oh. Mama. Ach, Scheiße. Mischelgegen. Ja. Ich mach mal ihn einsetzen. Hasselgegen. Hasselgegen. Hastelgegen. Dann die Braustau in mir. Jetzt weiß man, wie das ist, wenn man mal rauskommt. Ja, ich bin's. Ja, das ist schon fies, ne? Total toll. Die ist schon ein bisschen fies, aber nur der kleinen... Toll, toll. Toll, ja. Ah, du Drecksack! Wer fühl ich ja? Hat er meinen Finisher gekriegt? Oh, meine Fresse, ey. Was ist denn das hier wieder für ein Match? Die Westler sind langsamer geworden und müder. Die brauchen Dauerurlaub, ey. Merkst du das? Oh. Oh. Ach, du warst eh schon wieder halbtot. Halblebendig. Oh, was mache ich denn für einen schönen Move? Ach ja, der ist auch geil. Dong, dong, dong. Oh. Oh. Er macht exakt die gleichen Attacken wie du misst. Ja. Stimmt, die ist mir auch aufgefallen. Das sind die Brüder, die Zwillinge, die Schwestern. Ah. Notstand-Alarm. Notstand-Alarm. Oh. Ja. Er hat keine Lebensnackie mehr. Jetzt muss ich ihn wieder ordentlich rumwirbeln hier. Das ist gezackert. Das Schlimme ist nur daran, dass ich selber bewusstlos bekomme, wie man da fertig ist mit der Welte. Du mal. Er macht wieder 17er Trick. Raus. Wie könnte der Hellzeit kommen? Ach du, ich habe ja deinen ganzen Körper rot gemacht, ne? Rot und wund ist er. Ach, jo. Ach, jo. Was? Ich stand da oben. Was? Das Spiel ist so geil. Genau. Man kann ja nicht da hoch, man kann ja nicht da hoch, ähm. Ah, jo. Ah. Er randaliert wieder rum hier. Er randaliert wieder. Oh. Ah. Er randaliert wieder. Ich frage mich, warum er überhaupt kommt. Ich habe überhaupt gekommen. Warum was wir überhaupt gemacht haben? Hm. Oh. Oh. Was du? Ich wollte dich reinwerfen. Dann liegen zwei Tische bereit und er nützt zu mir. Die Zuschauer wollen Tische sehen und du. Ja, aber ich habe keinen Bock zu verlieren. Kenn dich doch. Was war das denn? Was war das? Was war das? Hey, weil ich habe echt Angst, mein Es zu machen, weißt du das? Weil meine Es zu mir Angst mehr weniger zu machen. Direkt bewusstlos. Komm mir jetzt zu Sack. Hä? Ja. Ja, meine lieben Damen und Herren. Der Onkel ist Tischler. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich feier mal ein bisschen. Was ist denn das so eine Scheiße hier? Ah, er hat es geschafft. Ich kann nichts machen gerade. Oh. Geil. Geil. Echte geile Aktion hier. Ja, wisst ihr wie ich meine? Ja. 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 Auf den Tisch. Ja. Und jetzt das Cover. Jetzt das Cover. Und jetzt das Cover. Das war mein Finisher. Ja. Ja. Komm, kann man jetzt. Und. Eins. Zwei. Und. Ja. ich habe es vergessen. Ja. 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 komm ich, ich liebe deutsch, herrlich, das war schön, das hat gut getan, das war echt ein aufregendes Match, da braucht einer gar nicht so böse gucken, ja wer war nicht dran, ich oder du, oder du oder ich, was, du glaub ich, ich, ja, meine Damen und Herren, willst du noch irgendwas sagen, Onkel, nein, das war John Connor, John Connor ist weg, du musst lieber gegen die Terminatoren kämpfen, oder versuchen abzuhauen, obwohl der John Connor wahrscheinlich mit C geschrieben wurde, ne, im Film, ich mein schon, aber ich bin mir sicher, ich glaub schon, ja, ja gut, dann würde ich sagen, Name ist Name, ne, ja gut, meine lieben Freunde, ich hoffe es hat wieder Spaß gemacht, wenn ihr davon noch mehr haben wollt, und sehen wollt, und hören wollt, und riechen wollt, dann abonniert uns doch, Gamershack.ep, und mein Kanal, Rivano.ep, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, und dann sehen wir uns morgen, wenn dann geht's weiter, zwei Westerns sind noch da, wird auf jeden Fall spannend, ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns, sehen wir uns morgen wieder, bis dann, ciao, tschüss.